Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, schon dass du heute wieder mit dabei bist. Mittlerweile sollten wir, glaube ich, schon alle Ferien haben. Und das heißt auch, dass in einigen Wochen ein neues Schuljahr für uns alle ansteht. Natürlich wollen wir alle ein sehr gutes Schuljahr haben. Und deswegen wollte ich heute fünf Tickets durchteilen für ein erfolgreiches Schuljahr. Also sozusagen fünf Dinge, die du jetzt machen solltest, in den Ferien machen solltest, um dann ein gutes Schuljahr zu haben. Abonniere sehr gerne meinen Kanal für weitere Back-to-School-Videos. Aber es ist mir viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Eine Sache, die ich immer wieder unter meinen Videos gefragt werde, ist, wie bist du eigentlich immer so motiviert für die Schule und fürs Lernen? Und da wäre jetzt mein erster Tipp an euch auch, finde deine Motivation und finde dein Warum. Also warum musst du eigentlich lernen oder warum willst du lernen viel lieber? Und warum gehst du eigentlich in die Schule? Und ich glaube, wenn wir das mal aufschreiben, sich das einfach klar macht, kann es sehr helfen, deinem weiteren Schulverlauf. Beispielsweise könntest du dir jetzt einen Zettel machen mit deinen ganzen Motivationen, also mit deinen Gründen, warum du zur Schule gehst, oder auch mit den Gründen, warum du lernen möchtest. Und das könntest du dann so als Affirmationen aufschreiben, oder du könntest dir ein Vision Board machen, oder du könntest dir so einen Tagebucheintrag schreiben, wie auch immer du möchtest. Und dann kannst du das immer lesen, wenn du dich vielleicht gerade nicht so motiviert fühlst, beziehungsweise wenn du was lernen musst, aber irgendwie keine Lust darauf hast oder so. Ich persönlich habe ja links neben mir ein Vision Board. Kann man das jetzt so sehen? Mal gucken. Ich habe hier ja mein Vision Board. Es hilft mir zum Beispiel immer, mich zu motivieren. Ich kann mir vorstellen, wenn man es zum Beispiel einfach nur ausschreibt, und seine Ziele ausschreibt, oder seine Gründe ausschreibt, dass das einfach schon sehr helfen kann. Die zweite Sache ist, jetzt in den Ferien mal so eine richtige Pause zu machen, um deine Energie wieder neu aufzuladen. Auf der anderen Seite geht es ja sehr viel um Disziplin, harte Arbeit, weil es ja viel um Schule und Lernen geht. Aber trotzdem sollte man nicht vergessen, sich auch mal zu entspannen, auch mal eine Pause zu machen. Gerade in den Ferien vor allem, um auch mal die Energie wieder aufzuladen. Denn Schule ist nun mal nicht alles, und Lernen ist auch nicht alles, und wir sollten auch nicht die ganze Zeit nur arbeiten und produktiv sein, sondern wir sollten auch mal Pause machen. Und jetzt gerade in den Ferien ist auch der perfekte Zeitpunkt dafür. Ich würde dir raten, dir wirklich mal so einige Tage zu nehmen, wo du wirklich einfach gar nichts machst, beziehungsweise einfach nur chillst. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich das mal mache, und vielleicht so eine Woche lang keine Aufgaben habe, oder keine Aufgaben erledige, dann merke ich auch wieder, wie sehr ich Lust bekomme, was zu lernen, wieder in die Schule zu gehen und so weiter. Und ich glaube, das ist so das Phänomen, was wir in den Ferien oft sehen, dass wir zum Beispiel sechs Wochen einfach gar nichts machen, und dann wieder Lust haben, in die Schule zu gehen. Und ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen würde ich dir auch empfehlen, mal einige Tage freizunehmen, wo du wirklich mal nichts machst, nicht nur entspannt, dich mit Freunden triffst, oder das machst, was dir Spaß macht. Und apropos Spaß machen, kommen wir jetzt auch schon zum dritten Tipp, und zwar ist das, dir neue Hobbys zu suchen, beziehungsweise deine alten Hobbys wieder aufleben zu lassen, und daran wieder Spaß zu finden. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist Schule nun mal nicht alles, und wir sollten auch nicht 100% unserer Zeit auf die Schule fokussieren. Also es ist super wichtig, auch nebenbei noch andere Dinge zu haben, die dir Spaß machen, die du gerne machst, und die dich einfach auch so ein bisschen runterkommen lassen. Und da sind natürlich Hobbys die perfekte Alternative zu dem stressigen Schulalltag. Daher würde ich dir empfehlen, wirklich so mindestens zwei Hobbys oder so auszusuchen, die du neben der Schule gerne machst. Das könnten jetzt so etwas anspruchsvollere Hobbys sein, wie zum Beispiel einen YouTube-Kanal starten, oder irgendwie in einen Sportverein gehen oder so. Aber es können auch Hobbys sein, wie zum Beispiel lesen, malen, schminken, oder irgendwie sowas. Falls du aber noch weitere Ideen für die Sommerferien brauchst, also vielleicht für einige Hobbys, die du auszunehmen möchtest, oder generell Ideen, was du machen möchtest, kannst du es ja gerne mal bei diesem Video vorbeigucken. Dann hast du einfach ein Video mit 100 Ideen für deine Sommerferien. Also 100 Ideen, die du in den Sommerferien machen könntest, und vielleicht entspringen da ja auch sehr coole Ideen für deine neuen Hobbys oder so. Außerdem gibt es ja auch in der Schule meistens so AG, also Arbeitsgemeinschaften, in die man eintreten kann. Bei mir persönlich gibt es jetzt irgendwie nicht so coole AGs in der Schule, deswegen bin ich da auch keiner. Aber vielleicht gibt es ja bei dir irgendwie sowas cooles. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so habt in eurer Schule. Bei mir ist es irgendwie nicht ganz so cool, aber naja. Der vierte Tipp ist, deinen Stundenplan aufzuräumen. Und damit meine ich jetzt nicht deinen Schulstundenplan, denn die können wir sehr schlecht aufräumen. Aber ich meine vor allem so generell deinen Plan, was du so am Tag machst, was du in der Woche machst und so weiter. Denn wie ich schon gesagt habe, Schule ist nicht alles. Und wir sollten auch noch andere Hobbys haben, andere Interessen haben und so weiter. Aber wir sollten da vor allem uns auf Dinge konzentrieren, die uns wirklich weiterbringen, die uns Spaß machen. Und wenn die wir unsere Zeit eigentlich wirklich quasi ausgehen, leben wollen, unsere Zeit ausgeben wollen. Ihr wisst, was ich meine. Ich persönlich mache das so, dass ich mir dann eine Woche meines Lebens raussuche und dann einfach sozusagen so mit-tracke, was ich in der Woche eigentlich mache. Und dann überlege, gib mir das Energie, nimmt mir das Energie, macht es mir Spaß? Oder ist es irgendwie nur anstrengend und bringt es mich weiter? Also natürlich muss nicht alles Spaß machen, was du machst in deinem Leben. Aber es sollte dich dann zumindest irgendwie weiterbringen und dir irgendwie in deinem Leben anderweitig helfen. Ich mag diesen Spruch hier total. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Gruppe übersetzt bedeutet das einfach, viele Dinge sind gut, viele Dinge sind wichtig, aber nur einige davon sind wirklich essentiell. Also was ist in deinem Leben eigentlich essentiell für dich und was möchtest du unbedingt in deinem Leben behalten, was möchtest du unbedingt in deinem Leben machen und was ist für dich wirklich essentiell, also super, super wichtig. Und danach kann kommen, was ist dir wichtig und was ist gut in deinem Leben. Wir müssen realisieren, dass wir nicht unbegrenzte Zeiten in unserem Leben haben, sondern unsere 14 Stunden am Tag gut aufteilen müssen. Und da wäre es halt gut, wenn wir die Zeit wirklich für Dinge nutzen, die uns Spaß machen, die uns irgendwie weiterbringen, die uns helfen und ja, generell die einen Vorteil für uns haben. Der fünfte Tipp, den du jetzt noch vor dem neuen Schuljahr machen solltest, ist dir Notenziele zu setzen. Also sozusagen, welche Noten möchtest du in welchem Fach erreichen? Ich muss sagen, ich glaube, es ist besser, das Ganze nicht so super streng zu machen, da halt viel noch einfach auf die LehrerInnen ankommt und man jetzt nicht irgendwie sagen kann, ich möchte in jedem Fach eine Eins haben. Okay, kann man dann schon sagen. Denn im Endeffekt ist eine Note einfach nur eine Zahl, die von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängen. Natürlich auch von deinem Wissen schon, von deinem Fleiß, aber eben auch, wie es dir an dem Tag geht, von deiner Lehrerin, von deinem Lehrer oder so. Und man kann einfach nicht 100%ig beeinflussen, egal wie gut du dann an dem Tag gelernt hast. Aber natürlich ist es immer sehr hilfreich, dir in Ziele zu setzen, damit du so einen Weg hast, den du anstrebst und weißt, okay, ich möchte dich vielleicht in dem Fach eine Eins erreichen oder eine Zwei erreichen oder so. Und wenn du dann zum Beispiel auf einer Dreistichst oder so, hast du vielleicht noch die Motivation, dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen, um deine Ziele dann auch zu erreichen. Falls dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auf jeden Fall auch noch diese Videos hier gefallen. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren, um in unsere Community zu kommen. Wir reden hier jeden Donnerstag und Sonntag über die Themen Schule, Lernen, Back to School, bessere Noten kriegen, besser das Leben organisieren, besser Produktiv sein und sowas alles. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Also abonniere sehr gerne den Kanal und schreibe auch gerne einen Kommentar in die Kommentarbox unten. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.